ja und damit geht es auch gleich weiter hier mit der nächsten folge hier vom minecraft projekt biond wo wir in der letzten folge herausgefunden haben wie mein vierter laser herstellt über biomasse in einem komposter und ich habe jetzt in der pause schon noch mal neue biomasse hergestellt und eingefüllt zum anderen haben wir jetzt das genau die biomasse haben wir ja und wir wollten uns an den automatik beziehungsweise wir wollten eine maschine kraften die ich mir aber in der zwischenzeit schon mal gebaut habe ich bin geschehen hier ist da ist der automatik die konstruktion und natürlich und Prozent heute Prozent nicht mehr und weil es in der Städte zu um das schloss das schloss das ding ist ja was keine linse ja was für den sie will das gucken das ding ist da im Kauern wir gucken ein Buch Prozent das ist der was für eine linse braucht denn der zu schloss da Ich weiß ich hatte einen Hebel, ich hätte Hebel, da ist Eisen, wo hab ich den Hebeling getan? Hebel, wo bist du? In dem neuen Textaback finde ich nix mehr. Scheiße, hab ich ihn nicht getan? Wo ist Hebel? Ich suche einen Hebel. Hebel? Ne. Hier ein Hebel? Ne, Torch. Da ist ein Hebel. Achso, der sieht jetzt wieder so aus und nicht mehr. Alles klar. Ähm. Letzt und, äh. Ähm. Jetzt mal ganz. Das war easy. Ich hab das gesehen. Ha. Geil. Alles klar. So, jetzt haben wir dieses komische Teil. Den, ähm. Radek. Ähm. Ähm. Jetzt brauchen wir, das sind diese komischen Linsen. Keine Ahnung. Kenne ich mich auch noch nicht mehr aus. Äh. Jetzt muss ich wieder ans schlaue Büchlein gucken. Ob das Fischernetz, weil das will ich unbedingt haben. Ähm. Das ist ein normaler. Ja. Jetzt will ich den aber. Äh. Wo war denn das jetzt? Da genau. Ja, ja. Wird bepowert. Blah, blah, blah. Ähm. Ne, will ich nicht. Ja. Und das war ein Empowerer. Scheiße. Nein. Nicht ins Escape Menü. Äh. Smile Cloud. Oh Gott. Wie sieht dein Empowerer aus? Item Interface Empowerer. Ach du heilige Scheiße. Äh. Äh. Hehe. Äh. Hupsi. Ja. Ach. Warum muss denn der so schwer sein? Warte mal. So ein komischer Quarzblock. Muss auch wieder in das Ding. Da brauchen wir nochmal einen Quarzblock und kriegen dann den raus. Ähm. Den brauchen wir 10. Ne. Warte mal. Den brauchen wir dreimal. Richtig. Ähm. Richtig. Dreimal. Plus grüne Blöcke. Hä? Ach. Das muss ein gechiselter Quarzblock sein. Dann geht das. Äh. Ist da. Okay. Habe ich überhaupt doch Quarz? Ja. Wär's schön. Also ihr seht. Ich hab damit echt gar keine Ahnung. Ne? Ne? Quarz. Äh. Stack. Oh Gott. Ähm. Schüssel habe ich natürlich glaube ich auch noch nicht. Äh. So. So. Davon brauchen wir drei normale. Und. Warte mal. Ne. Schüssel. Wie ich mich kenne habe ich die nicht mehr. Und es wird Nacht. Nö. 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 Schüssel. Äh. Schüssel. Wie war nochmal eine Schüssel zu bauen? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin so schüsselig. Ich hab das nicht mehr im Kopf. Eine E-Chisel. Was? Ne. Mir würde eine ganz normale Schüssel reichen. Danke. Schüssel in Bits. Ne. Diamantschüssel. Da. Genau. Wir sind heute mal ein bisschen verschwenderisch. Haha. Nein. Nicht das Buch. Danke. Ähm. So. Zack. Fertig ist die Schüssel. Ähm. Brauchen wir noch einmal drei. Eins. Zwei. Und die müssen wir. Schüsseln. Ich weiß zwar nicht warum. Äh. Ja. Wartet. So. So. Zack. Ja. Entschuldigung. Ok. Wollernisch. Dann. Ähm. Ah so. Ok. Habt ihr gesehen? Zack. Geht ganz. Easy. Zack. So. Jetzt gehen wir kurz pennen. Sonst wird halt hier nischt mehr. Hehehe. Sonst kommt böse Mops und ich hab mich momentan noch nicht damit zu äh beschäftigt. So. Jetzt kommt die drei. Na hauptsache das klappt jetzt. Und der hat noch genug erhebt. Das gut. Ähm. Haha. Klappt sogar. Krass. Okay. Ja. War doch gar nicht so schwer. Ähm. So. Da haben wir das. Nachdem wir jetzt das haben können wir den empowerer bauen. Noch nicht. Wir können erstmal noch gar nichts bauen. Ähm. Wir brauchen eine basic coil. Rest. Wir brauchen Rest. Äh. Resttonia. Crystal. Oh Gott. Also ich seh schon. Ich brauch extra eine Kiste. Nur für diesen komischen Kram hier. Oh je. Ähm. Wir bauen uns mal noch schnell in der Kiste. 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 Ähm. Es rappelt in der Kiste. He. 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 So. Ähm. Lass mir die Kiste mal hier mit hinschalten. Ne. Lass mir mal den ganzen Mist hier rein tun. Ähm. Die Ethik Quarzteile. Die Teile. Das Knife noch mit hier drin. Gut. So. Jetzt gucken wir weiter. Jetzt haben wir das. Jetzt brauchen wir diese komischen roten Dinger. Die hab ich auch schon gesehen. Die sehe. Äh. Achso. Das heißt. Nur Redster und dort hinschmeißen. Und dann. Okay. Ähm. Wie viel brauche ich? Acht. Ne. Hier brauche ich ein. Ein. Zwei. Drei. Vier. Fünf. 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 Zehn. 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 Äh. Ja. Glaub ich zehn. Okay. Zehn. 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 Geh. Zehn. Goldnuggets. Die. Schwarzen Quarz. Kohle. Christopher. Wir haben gar keinen Quarz mehr. Ähm. Ähm. und um und zu die Ah ja, gut, danke. Hab ich mir gemerkt, geht alles. Easy. Zack. Zack, zack, zack. Hammer den, ach so, den kommen wir ja zwei mal, haha. Ach, das passt. Zack. Haben wir noch zwei da gehabt, sehr schön, sag. Sind die Teile schon mal fertig? So, und da wollen wir jetzt mit Nuggets hin zum... Ja, mit 6 kommen wir nicht weit, und los, dann haben wir eben klein, da mussten wir genug Nuggets haben. Zack, wo habe ich's da? Da haben wir ein Advanced Coil. So, das heißt, wir sind jetzt so weit, dass man den Displays dann drauf trifft. Also, das ist ein bisschen Kraft, den man da hat, oh, was soll's, die drei weg. Aber dann haben wir ein Fischernetz, was uns erst mal selbstständig mit Fischen versucht. Das ist schon mal, das ist schon mal was, womit ich sehr gut leben kann, die Displays dann. Und zwar, wir brauchen eine Batterie, eine doppelte Batterie. Äh, okay, wir brauchen also noch eine Advanced Coil. Hamburger, Hamburger, Barber, ähm, ich glaube, jetzt haben wir uns verrechnet. Alles klar, ich glaub, wir müssen in Nettere. Ne, wir werden gleich in Nettere müssen, sowas für. Zack. Zack. So, da bitte Keu. Ähm, wir werden in Nettere müssen, haha. Weil hier, das brauchen wir noch, ach so, nee, warte mal. Oder brauchen wir den doch nicht noch, hm? Doch. Ich sag's doch. Ähm. Hihi. Ähm. Hm. Ich glaub, wir müssen in Nettere. So etwas. Ach, nö. Ähm. Ähm. Hm. Nee, äh, nee. Natürlich müssen wir nicht in Nettere. Also. Hm. Was dachte ich denn? Da nicht mal eins. So. Zack. So. Das Ding plus. Oh Gott, da reichts aber wieder nicht vorne und hinten. Äh. Oh Gott, jetzt nochmal. Wir machen erstmal die Teile. Das ist einfach. Das heißt, wir brauchen nochmal zweimal schwarzen Platz. Okay. So. Lass mal. Zack, zack. Äh. Wo ist ne Kohle hin? So. So. Das heißt, wir brauchen die zwei Teile da. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei. Ja, uns fehlt zweimal Eisen. Ähm. Mhm. 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 So. Da haben wir die Teile. Da haben wir die Eisenblöcke. Mhm. Die Casings fertig. Mhm. 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 So. Die zwei Casings sind schon mal durch. Sehr schön. Mhm. Jetzt brauchen wir hier. Advanced. Brauchen wir das Teil. Ja, genau. Uns fehlen. Jetzt ist doch ein Crystal. Ja, lass uns nochmal Zähne machen. Ähm. Die sind ja nicht rausgeschmissen. So. 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 Jetzt brauchen wir das bei der Single Batterie. Brauchen wir das. Die brauchen wir auch nochmal. Einmal. Warte mal. Jetzt bin ich. Boah. Jetzt bin ich schon wieder raus. Hm. Wir brauchen nochmal. Nochmal das. Und. Ja. Okay. Brauchen mehr Gold. Moment. Jetzt haben wir die zwei haben wir fertig. Hm. Oh Gott. Also ihr merkt schon. Ich bin. Hat er mir überlegen. Okay. Hier brauche ich jetzt mal. Oh Gott. Die Teile habe ich. Die komischen Emoji Crystal. Wir brauchen nochmal. 24, 15. 10 Stück. Okay. Da wird das schon wieder nacht. Und ist der Baum immer noch nicht die Kate da oben. Alter was ist denn da nur gut. Das ist doch nicht wahr. Jetzt sind wir mal rein. Ich hab auch. Dann komm ich aber mal rein. Dann komm ich aber eigentlich hier hoch. Und so. so ist das jetzt haben wir einen scheiß holz was da noch dran hängt das heißt zehn hatte ich gesagt hat das fischernetz kommt langsam näher gucken ob ich das mal der aufnahme das wäre schlecht wir machen erst mal die hier haben wir die single batterie jetzt brauchen wir noch diese hier jetzt haben wir es auch noch dabei habe und nicht irgendwo in irgendeiner kiste dann geht das schon los so jetzt haben wir den power und ich glaube spätestens der jetzt braucht wie funktioniert der gute frage würde ich gern mal erfahren wollen wo ist er denn der power komposter storage gates es gibt sogar stoffes geld blocks das ist mir klar schon gab so aber wie geht denn das ding jetzt verdammt dax das fischern aber wie funktioniert jetzt grün ein stück gras wenn setzling und schleimball aber wie einfach nur drei setzen oder ich bin verwirrt okay das ding habe ich schon mal dort sitzen irgendwer hatte doch fahren das ist grüne normal ich brauche ganz normales grün ich brauche ganz normales grün ich brauche ganz normales grün wenn die fressen habe ich eine schere natürlich nicht warum sollte ich das wäre zu einfach okay das wäre ja natürlich leicht gewesen wenn das ding doch strom gebraucht hätte eine schere alles klar gut nehmen wir mal zwei davon ich glaube das sollte reichen äh was hat er gesagt ein setzling ein schleimball ach nein ich glaube beim schleimball hört es bei mir auf ne doch nicht verdammt äh ich brauche grün grünfarbstoff verdammt ähm ich glaube sowas mit grünfarbstoff habe ich nicht Moment Moment grün erstmal so komischen dings äh wie kriegt er nochmal grünfarbstoff kaktus stimmt wir hatten da eine wüste ne das ist bestimmt da gibt es ja sowas bei der Stimme okay guck mal mal kurz weil das wäre natürlich jetzt schön ähm war die überhaupt hier in die Richtung ja ne ja gut nicht das jetzt in die Richtung los und dann ist da nichts das wäre schlecht so grünfarbstoff mich gefühlt aber störe irgendwo 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 hier die Richtung soll zu ex ja ist das Sie Tünn 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 so und jetzt hoffe ich noch, dass da jetzt auch gescheite Kakteen sind ähm, das ist ne Dingsbums da sind doch Kakteen, ich seh's doch von hier aus yes und natürlich ist dort hinten der Dorf, warum? warum nicht, ne? kann man ja mal meinen ähm äh, warum ist das dort oben so rot? ich will gar nicht wissen warum ach so, ja, hm ok, gut dann nehmen wir uns mal her, ein bisschen kackenden Kaktus, ne? ähm, so und besuchen mal ganz kurz das Duf ach ja, ein schöner, ähm Bus, was? Busbahnhof, wollte ich jetzt sagen, nein ähm, Schiengedönsbahnhof da gibt's denn hier mal was schönes hier gibt's Schienen normale Schienen und hier so eine manuelle Maschinen und eine Kiste ach du heiliger Tünder ja und das aber ne, will ich jetzt grad nicht ähm, haben wir hier nämlich auch schön habt ihr's hier, sagt man so schön hell und so schön freundlich durch die Steine das sieht so schön aus und der steht auf ne Werkbank ab, vor ich dachte, das ist ne Kiste, schade okay, da geh ich wieder ähm, der Herr kommt glaub ich gar nicht aus dem Haus raus oder? äh, nö, aber der hat auch nichts im Haus drin äh, da ist die Schnee da wollte ich nochmal reingucken ach, die Steine sehen hier auch schön aus die Cobblestones da brauchst du sogar nicht mal schisseln die sehen doch so schon geil aus äh, was haben wir denn hier? ach du heiliger ein Eisenheim, ein bisschen Brot wir haben, oh Gott, Schwerter äh, du heiliger Kekka Bronzeengel oh Gott, wie kann man hier eigentlich lass mal den da brauch keiner also ich zumindest nicht so, und was war jetzt hier drin? ach so, das ist ja jetzt dieser neue Gedönsinger hä? ich hab auch schon jemand hier war schon mal jemand nur wer war es? die Frage wird immer nicht beantworten was egal warte geht's im Text äh, krieg ich ja draus grünen Farbstoff nein warte willst du mich verrollen heute? ein Paintball in Farbbildern nein ich will kein nein alter, krieg ich ja kein äh, siehste doch es ist aber nun jetzt wird's auch dach wenn jetzt hier kein grüner hab ich da vor sich und wär ich da wär ich da wär ich auch eins da hätt ich auch da wär ich vom mit loben abgegangen du das wäre doch mal sowas vom Vorteil halalalala so dann schaffen wir ja in der Feuerwehr auch ein bisschen was in der hoffnung in der hoffnung dass ich jetzt diesen komischen das Fischernetz noch hinkrieg Mensch das kann doch nicht so schwer sein weil das ist natürlich richtig schön dann brauchst du dich nicht selber hinstellen zu fischen das ist wieder was für faule äh, aber ne stellst das Fischernetz auf dapst ne kiste oben drauf am besten ne eisenkiste oder so damit du schön ein bisschen mehr storage hast dann kann der erst mal bisschen fischen ne aber bestimmt wird da dann noch irgendwas brauchen der wird doch nicht nur weil du das Ding hin dapst dort anfangen zu fischen ich kann es mir irgendwie nicht ganz vorstellen ähm, ja na mal gut müssen wir mal sehen, wo wir so weit haben die Mödie sieht so scheiße aus das ist ja zu von häußerlichen her da muss ich nochmal 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 da steht zu ich bin da nicht da 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 alles ausgefackelt mäßte aber aber hier bei da fern wo es vielleicht wichtig wäre ach m hin vielen herzlichen dank so wie sieht es hier aus der hat nichts mehr zum ist aber nicht ganz so schlimm das rottenflasche so fertig die coke fertig danke jetzt kommt man hier auf dem farbstoff den wir natürlich auch nicht aufsammeln können weil wir ja voll sind ja machen wir erstmal unser blog also ich versuche es zumindest so und zwar wir brauchen ein schleim weil wir brauchen das wir brauchen das und wir brauchen grün sollte das nicht irgendwie funktionieren hatte ich nicht so das gefühl dass das gehen müsste aber aber warum tut es das nicht ist das den kosten wir jetzt noch marion irgendwie verstehe ich den sinn von dem ganzen das ist fertig aber wie macht ihr arbeitet das teil der baut ist mit tier bürger das can be used to empower in order items ja ja das ist mir schon kam ein freund nur würde ich jetzt nur mal gerne verstehen vor allem verstehe ich nicht also irgendwas fehlt mir jetzt noch aber ich check nicht wie der das haben will hey natürlich der braucht so ein crystal aber warum ist denn das so scheiße aufgezeichnet könnte man das nicht mal so schreiben damit ich weiß was oder muss das hoch ich check es nicht man braucht diesen empowered crystal so empower aber wie wird er gepowert check ich nicht ganz das an vier seiten ja und ich kann es ja schlecht hier dran ditschen moment nö kannst du aber auch nirgends so das kann ich hinsetzen den block kann ich hier hinsetzen so das kann ich hinsetzen den block kann ich hier hinsetzen den grünen farbstoff kann ich da einpappen und den grünen farbstoff da aber dadurch empowert der mir auch nicht jetzt ich glaube da muss ich mich nochmal schlau machen da brauche ich nochmal ein tutorial dafür ja in diesem sinne würde ich sagen da endlich hier die aufnahme und ja würde mich natürlich freuen wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid ja wenn ich euch dann eventuell sagen kann wie dieses teil hier funktioniert ja und bis dahin würde ich sagen ciao mit v hohen ja 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 ja